Kennt ihr das? Ihr habt zu einem gewissen Thema, Film-Franchise, Serien-Franchise, irgendwas in der Richtung, eine Meinung, aber seid euch ganz sicher, dass ihr sehr, sehr alleine mit dieser Meinung seid. Naja, zumindest geht's mir an zwei, drei Stellen in der Geschichte der Film- und Serienindustrie, ja, geht's mir öfter mal so. Ich sitz dann da und denke mir so, wenn ich das öffentlich sagen würde, einige Leute würden mich fragend angucken. Aber jetzt hab ich mir gedacht, scheiß drauf und mach daraus ein Video-Format. Ja, und genau das hier ist das. Heute geht es um meine Unpopular-Opinion-Hot-Takes, was weiß ich, zum Thema Marvel, beziehungsweise MCU. Wenn ihr wissen wollt, was ich für ganz, ganz spezielle Meinungen und auch vielleicht kritische Meinungen habe, die nicht jeder so sieht, zum Thema Marvel, bleibt doch gerne dran. Und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Ja, genau, wie gerade schon erwähnt, das hier ist der erste Teil oder das erste Video zu einem neuen Projekt, sage ich. Ich habe ja in meinem Silvester-Video, beziehungsweise 1000-Abonnenten-Special, die Fragen beantwortet, bezüglich Projekte, die ich geplant habe. Und ja, das hier, das ist eines davon. Wie ihr anhand des Titels vielleicht schon erkannt habt, oder vielleicht auch im Namen der Playlist, wo sich diese Videos wahrscheinlich aufhalten werden, läuft das ganze Projekt unter den Namen Wer sagt denn sowas? Ja, und das passe ich einfach auf verschiedenste Themen an. Heute halt mit dem Thema Wer sagt denn sowas über Marvel? Kurz für die Leute, die nicht wissen, was ein Hot Take, beziehungsweise eine Unpopular Opinion ist. Kurz gesagt, es sind Meinungen, die vielleicht nicht so oft vertreten sind. Gebt das Ganze mal auf YouTube ein. Es gibt so viele Videos mit Unpopular Opinion, also quasi unpopulären Meinungen auf Deutsch. Und Hot Takes, quasi die neue Variante von Unpopular Opinion. Es sind zum Beispiel so Sachen wie das mit den Heftern in der Schule. Welches Fach hatte welche Farbe? Wenn ich jetzt sage, dass Mathe grün hat, sind wir uns hoffentlich alle einig, dass das eine sehr Unpopular Opinion ist, weil es Bullshit ist. Mathe war nie grün. Aber nur, um das mal als Beispiel zu nennen. Also etwas, wo man vielleicht mit wenigen Leuten übereinstimmt, vielleicht auch eher kritische Sachen hervorruft. Und naja, halt einfach eher, naja, einer komplett anderen Meinung ist als wahrscheinlich die Mehrheit. Und da ich zu manchen Themen hier drei, vier Sachen habe, die wirklich sehr, sehr kritisch sind, potenziell. Und ich mir denke, weißt du, so ein bisschen Trouble auf dem Kanal kann ja nicht schlecht sein. Man kann ja gerne mit Leuten diskutieren, habe ich mir gedacht, mache ich doch so ein Projekt. Und heute das ganze Ding mit Marvel. Da das hier jetzt der erste Part ist, kommt hier natürlich sehr, sehr viel Gesülze am Anfang. Von wegen hier erkläre ich mal. Werde ich in den nächsten Videos dann auch erstmal machen, einfach um den Leuten, die vielleicht ein neues Video stoßen, mal kurz zu erklären, worum es überhaupt geht. Aber dann werde ich tatsächlich die Punkte, die ich mir aufschreibe, da es in dem Fall sehr, sehr viele zum Beispiel sind, werde ich versuchen, so schnell wie möglich abzuklappern, dass ich nicht über Minuten und Stunden über ein Thema rede. Da wird ihr direkt gefragt, wenn ihr hier einen Punkt habt, wo ich zum Beispiel sage, das und das finde ich cool oder scheiße. Und ihr würdet gerne davon irgendwie ein längeres Video sehen, wo ich vielleicht genauer auf das Thema eingehe, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Jetzt habe ich aber genug geredet und wir starten erstmal rein mit den Unpopular Opinions, Hot Takes oder auch unpopulären Meinungen von mir zu Marvel. Eine Sache noch vorab, wichtig ist natürlich, es sind keine Fakten, die ich hier sage. Es ist wirklich nur meine Ansicht, wie ich diese Sachen sehe. Wenn ihr anderer Meinung seid, absolut cool, deswegen heißt es ja auch Unpopular Opinion. Meine erste Unpopular Opinion wäre, Thor The Dark Kingdom ist ein guter Film. Zumindest Thor The Dark Kingdom ist nicht so schlecht, wie er immer dargestellt wird. Ich habe das Gefühl, dass es normal ist oder schon fast cool ist, positiv ist, Thor 2 zu haten. Vielleicht liegt es daran, dass ich den, ich sage mal, eher dunkleren Thor oder den eher ernsteren Thor ein bisschen besser finde als den extrem humoristischen Thor. Aber ganz ehrlich, ich finde den Film stabil, ich finde die Story stabil, ich finde die Antagonisten stabil. Und außerdem geht es hier auch wieder um einen Infinity Stein, das heißt, der Film hat absolut seine Daseinsberechtigung. Ich verstehe viele Leute, die sagen, der Film ist schlecht, aber ich finde, der Film ist eigentlich ganz gut. Und ich würde ihn sogar unter meine Top 3 der Lieblings-Thor-Filme platzieren. Auf jeden Fall würde ich ihn über Thor 1 platzieren, das ist Fakt. An Popular Opinion 2 Captain America Civil War ist ein unfassbar guter Film und quasi nahezu perfekt. Mit dem einen Punkt, der Name ist falsch, es heißt, sollte eigentlich heißen Avengers Civil War. Und das ist der einzige Grund, den ich scheiße finde. Civil War hat ähnlich wie Thor 2 irgendwie sehr viel Kritik oder viele Leute, die sagen, der Film ist nicht gut, der Film hat seine Macken, der Film, der Film hier, der Film, aber ich sage euch, der Film ist einfach grandios. Aus meinen Augen, in meinen Augen ist es einer der besten Avengers bzw. MCU-Filme. Wie gesagt, nur der Titel ist falsch. Auch wenn Hulk und Thor nicht da sind, ist das ein fucking Avengers-Film. Hätten sie ihn genannt, Avengers Civil War, wäre ich zu 1000% zufrieden. So bin ich nur zu 990%. Trotzdem ein grandioser Film, wahrscheinlich einer der besten MCU-Filme. Der nächste Punkt wäre, Infinity War ist wesentlich und um Längen besser als Endgame. Ja, auch wenn das Ende von Infinity War ein sehr, sehr, naja, makaberes bzw. auch interessantes Ende war zu der damaligen Zeit, weil man einfach mit, naja, einem schlechten Gefühl aus dem Kino gegangen ist potenziell, muss man sagen, Infinity War war rundum geil. Ja, ich weiß, in Endgame gibt es die große Avengers-Assembles-Szene und ja, ich weiß, irgendwie ist es geiler, wenn alle Helden zusammenkämpfen. Ich verstehe es schon. Aber in Infinity War ist es einfach der Fakt, den ich so geil finde, dass erstmal alle zusammenkommen. Dieses erste Aufeinandertreffen zwischen zum Beispiel den Guardians und den Avengers. Oder auch Wakanda mit der Außenwelt das erste Mal großartig in Berührung kommt. Der Film hat alles perfekt gemacht. Thanos hat viel Bedrohung ausgestrahlt, alles war geil, die Kämpfe choreografiert einfach perfekt und das geile Ende halt einfach, dieses Cliffhanger-Ende, was niemals ein anderer Cliffhanger dieser Welt toppen wird. Endgame war gut, keine Frage, Infinity War um Längen, Längen, Längen besser. Der nächste Punkt ist vielleicht wirklich sehr, sehr, sehr unpopular Opinion. Thor ist ein schlechter Charakter bzw. ein schlecht geschriebener Charakter, zumindest mit der Zeit. Thor 1, ich finde Thor zum Kotzen. Avengers 1, Thor ist weiterhin nervig. Thor 2, geiler Charakter, haut drauf, badass, er weiß, was er kann, er weiß, was er machen soll. Und auf einmal twistet das wieder. Wir haben Ragnarok bzw. wir haben Age of Ultron, da war er okay, er war aber ja nur so Nebenrolle, finde ich. Wie gesagt, dann haben wir Thor Ragnarok. Ein super cooler Thor, ein super cooler Thor-Film, keine Frage. Aber hier fing es an, dass der Charakter mir zu lustig gemacht wurde, was ja nicht verkehrt ist. Finde ich, passt nicht so geil zu Thor wie diese dunkle Seite, die wir ja dann spätestens in Infinity War sehen, aber noch später in Endgame. Ich bin der Meinung, der Endgame-Thor, vielleicht mit ein bisschen weniger auf der Hüfte, kann man jetzt über sich streiten, aber der Endgame-Thor war, finde ich, Peak-Thor. Besser ging es nicht. Das Design war geil, es war dieses wirklich nordische Wikinger-like Design. Die Art, wie er gekämpft hat, die Art, mit was für einer Intention er gekämpft hat und das alles wurde mit spätestens. Thor, Love and Thunder. Und ja, deswegen ist Thor einfach ein schlecht geschriebener Charakter, weil er sich innerhalb der ganzen Filme immer um die eigene Achse dreht. Es ist, er ist mal das, mal das, mal das, mal das. Und am Ende weiß er selber nicht, wer er ist. Schlecht geschriebener Charakter, zumindest im MCU. Professor Hulk hat den Hulk zerstört. Ich bin mit dem Edward Norton Hulk aufgewachsen und verbinde mit Hulk einfach nur mal eine Wutbestie, ein Monster, was stärker wird, was größer wird, je wütender es ist. Hulk ist eine eigene Persönlichkeit und Hulk hat einfach nur Bock, aggro zu sein. Er weiß zwar vielleicht hier und da schon, dass er nicht den Leuten aufs Maul hat und so, aber die sind nett, die geht schon klar. Am Ende ist Hulk ein fucking Monster. Und auch wenn ich mit der Besetzung von Mark Ruffalo mega zufrieden bin, vor allem in Avengers 1 und Age of Ultron, muss man sagen, nach dem, nach Ragnarok, nach Infinity War, nach Endgame, ist Hulk einfach nervig. Auch wenn die Storyline und Professor Hulk irgendwie ganz cool ist und comic-technisch gewiss cool, aber ich finde den puren, blanken, bösen Hulk tausendmal besser. Wirklich. Wir haben keinen Hulk mehr, wir haben Banner mit Muskeln. Nichts anderes. Der nächste Punkt könnte vielleicht gar nicht mal so unpopular sein, es ist aber was, was wenig Leute sagen, weil sie einfach mit diesem Ende zufrieden sind. Und zwar ist es, Tonys Tod war ein Riesenfehler im MCU. Ja, Endgame mit Tonys Opfer, Ich bin Iron Man, Schnips war genial, keine Frage, einfach grandios, ein perfektes Ende für diesen Charakter. Aber nach dem, spätestens nach Ende von Endgame, ging das MCU den Bach runter. Nicht, weil die Charaktere die neuen scheiße waren oder was weiß ich, aber einfach, weil diese Nachwirkung von Tonys Tod überall zu merken war und man auch einfach fakt weiß, er wird nicht wiederkommen. Wiederkommen. Wenn er jetzt wiederkommen würde, würde sich jeder aufregen und das ist verständlich, dann wäre es ein schlechtes Charakterende gewesen, weil er ist ja doch nicht tot, so wirklich. Aber Tony hätte so ein Ende nicht bekommen sollen, er hätte seine Tochter aufwachsen sehen sollen, er hätte dafür sorgen sollen, dass vielleicht jemand Neues Iron Man wird, seine Rolle übernimmt, jemandem das beibringt. Aber nicht so, er stirbt einfach. Cooles Ende, keine Frage, episches Ende. Es war ein Riesenfehler von Marvel, Tony zu töten. Wahrscheinlich hinter den Kulissen hat es was mit den Verträgen und Geld und klar, braucht ihr nicht zu sagen, ich bin mir sicher, dass es damit zu tun hat, aber nichtsdestotrotz, es war schlecht. Es war einfach nur ein schlecht und ein riesengroßer Fehler. Mit dem nächsten Punkt könnte ich auch auf viel Kritik stoßen, aber Captain America ist maximal overrated. Ja, Steve Rogers ist ein interessanter und cooler Charakter und hat eine sehr krasse Story, keine Frage, aber in den meisten Filmen, wo er vorkommt, ob es seine eigenen Filme sind oder halt die Avengers-Filme und, und, und. In den meisten Fällen nervt der Typ einfach nur mit seiner Moral, mit seiner Nettigkeit, mit seinem aufgesetzten, solidarischen Blööö. Und ja, das ist Captain America. Der Typ ist, ja, halt Captain America. Der muss so sein. Und da ist halt mein Problem, der Typ ist aus dem Grund langweilig. Eine Sache gab es, wo er nicht langweilig war und das war Infinity War. Und warum? Naja, weil er vorher halt einfach keinen Bock mehr hatte, Captain America quasi zu sein. Er hat gesagt, okay, wir dürfen nicht mehr helfen, wo wir helfen wollen und entscheiden, wann wir und wem helfen wollen. Dann, äh, leck mich am Arsch, dann bin ich raus. Dieser Cap war cool. Dann hat sich das alles wieder getwistet und seine Moral predigt und, naja, hier, Achtung, nicht, nicht fluchen, ha ha ha. Alles schöne Witze und so und der Schauspielert, keine Frage, super gut, aber Cap ist definitiv overrated as fuck. Der MCU-Spidey ist nicht gut. Ja, ich mag zwar Tom Holland's Spider-Man schon, aber verhältnismäßig zu den anderen Spideys ist bis auf No Way Home, interessanterweise vielleicht, ist dieser Spider-Man, steht nicht alleine auf eigenen Beinen. Die ersten zwei Filme sind quasi nur Überreste beseitigend von Tony Stark. Er ist in den ersten zwei Filmen weiterhin Tonys Sidekick, obwohl Tony in dem einen Teil tot ist und in dem anderen halt einfach nur zwei, drei Sekunden da ist. Spider-Man im MCU hatte keine großartige Chance, sich selbst zu entdecken, sich selbst zu erfinden und, naja, irgendwie auf eigenen Beinen zu stehen, würde ich das mal nennen. Das Ganze wurde, wie gesagt, mit No Way Home ziemlich gut beseitigt, indem er am Ende einfach auf Null gesetzt wird, weil einfach jeder vergisst, wer Peter Parker ist und dementsprechend jetzt seine Geschichte neu geschrieben werden kann. Zwei von drei Filmen plus Infinity War und Endgame und Civil War. Wohl in Civil War war ganz cool, aber nichtsdestotrotz, ohne, also ohne No Way Home ist dieser Spidey einfach lame as fuck. In diesem Universum hat der irgendwie noch einfach gefügt, noch keinen Fuß gefasst, steckt noch irgendwie mit der Eierschale auf dem Kopf in den Pantoffeln und kriegt es irgendwie nicht hin, naja, aufzustehen, naja, wie gesagt, bevor es zu No Way Home kam. Zu dem Punkt habe ich schon mal ein extra Video gemacht und es wird hier deswegen auch nur kurz angeschnitten, ich verlinke es trotzdem mal auf jeden Fall, aber Marvel-Schurken sind schlecht. Ja, Thanos war ein cooler Schurke und auch alle anderen Schurken haben irgendwo ihre Daseinsberechtigung. Aber ein großes Problem habe ich. Marvel schmeißt seine Schurken weg, als wären es Einwegtüten. Und wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Thanos, coole Story, coole Background, lange aufgebaut und hat dann irgendwie schon was Episches gehabt, alles schön und gut. Aber neben Thanos hatten wir, oder haben wir zwei Schurken, MCU-Schurken, die effektiv cool sind und auch noch da sind. Und das ist einmal Bucky, der ja mittlerweile nicht mehr ein Schurke ist, was noch geiler ist. Und Simo, der ja auch mehr zum Antagonisten als zum wirklichen Schurken wird. Die rechtlichen Bösewichte sind zu 90% lame, langweilig, plump geschrieben und vor allem wegwerf sein Urgroßvater. Film startet, der Schurke wird vorgestellt, Film ist zu Ende, der Schurke ist tot. Das kann Marvel nicht gut. Das kriegt DC wesentlich besser hin. Deswegen, Marvel-Schurken sind einfach schlecht und langweilig und plump geschrieben. Auch das ist jetzt vielleicht keine unpopular Opinion, aber das ist eine Sache, die vielleicht viele Leute erstmal realisieren müssen. Marvel ist nicht das MCU und das MCU ist auch nicht Marvel. Ich finde es immer schlimm, wenn Leute sagen, ja, Marvel ist schlecht, weil Tony stirbt, Natascha stirbt, Endgame war kacke, Thor Love and Thunder war kacke. Stimmt schon, aber Marvel ist deswegen nicht schlecht. Das MCU hat da schon drunter gelitten, aber Marvel besteht ja auch nun mal aus anderen Sachen. Ob wir jetzt Venom haben, ob wir jetzt Morbius haben, der Film war jetzt auch nicht gut, aber das ist ein anderes Thema. Ghost Rider, Daredevil, Blade, die ganzen Sachen sind alles Marvel-Filme. Und es gibt so viele Marvel-Filme, die gut sind und die man einfach nicht mehr als Marvel realisiert, weil halt über Marvel dickfett das MCU steht. Weil das ist das Geldbringer-Baby und der Rest ist einfach so, ja, das ungewollte Nebenprodukt irgendwie. Deswegen wichtig, Marvel ist nicht das MCU und das MCU ist nicht Marvel. Das sind komplett separierte Dinge. Klar gehört das MCU zu Marvel, das ist mir total bewusst, das braucht ihr mir nicht zu sagen. Es geht aber darum, zwei Sachen muss man voneinander trennen, definitiv. Das eine hat, das andere beeinflusst, ihr versteht wahrscheinlich, was ich meine, aber es ist nicht dasselbe. Punkt. Infinity War war peak Marvel und beziehungsweise peak MCU. Nach Infinity War, zur Hälfte nach Endgame, weil Endgame so 50-50 gut ist eigentlich. Aber nach Infinity War ging es zu 80%, quasi nur noch bergab. Es gab hier und da gute Sachen. Loki, super gut. WandaVision, mega gut. Falcon and the Winter Soldier, super gute Serie. Und bei den Filmen ähnliches. Es gibt zwei, drei gute Filme, keine Frage, aber grundlegend gibt es vor Infinity War kaum Filme, die ich wirklich schlecht fand. Es gab welche, die natürlich irgendwo besser und irgendwo schlechter waren, aber so wirklich kacke, dass ich sage, okay, ich hab den mir jetzt einmal angeguckt, ich brauch den nicht mehr zu gucken. So, was gab es vor Infinity War? Nicht. Und nach Infinity War ging alles bergab und da hätte Marvel beziehungsweise das MCU eine Pause gebraucht, spätestens nach Endgame. Eine Pause, eine große Pause, eine Pause, in der vielleicht drei, vier Jahre nichts kommt. Und dann wieder mit frischem Wind, wenn die Leute wieder mehr Bock haben, volle Kanne rein starten. Aber so muss man sagen, Infinity War war peak an Marvel Performance. Von den Schauspielern her, von den Charaktern her, vom Skript her und auch vom Filmischen her. Perfekt. Wanda aka die Scarlet Witch ist OPS fuck und ist momentan mit einer der wenigen Gründe, die das MCU carryen. Denn nur ein Beispiel, Multiverse of Madness war ein geiler Film. Ohne Wanda? Ja, vielleicht nicht so wirklich. Klar, sie ist der Hauptschurke und sie ist der Grund, warum alles da passiert. Aber neben anderen Schurken setzen sie da rein, der das gleiche Ziel verfolgt. Und der Film wäre scheiße gewesen. Wanda ist Bombe. Sie carried das alles. Sie ist so ein unfassbar, sie ist safe, der stärkste Avenger. Keine Frage, Wanda ist der stärkste Avenger. Und egal wo sie auftritt, egal wo, ob es der erste Auftritt war oder der letzte, mit ihr kommt und geht eine gewisse Epischkeit in Marvel und im MCU. Was auch der Grund ist, warum ich der festen Überzeugung bin, dass sie nicht tot ist, weil ohne sie würde so fucking viel unter den Teppich fallen und noch schlechter werden. Das MCU muss back to the roots. Und das meine ich wirklich runter auf den Boden. Es muss weg von da und muss wieder nach da. Denn wie ich schon gerade eben gesagt, die Entwicklung des Marvel Cinematic Universe ist eher negativ. Das wissen wir alle, das muss ich keinem Marvel-Fan sagen. Es ist eher mehr Schlechtes als Gutes. Und ein Punkt, den ich darin sehe, der das alles schlecht macht, um es in den Worten von Captain Marvel zu sagen. Es ist einfach nur noch schnell mehr Action, boom, krass, Farben toll, neue Welt, neues Universum, Quantenebene und, und, und. Leute, kommt mal auf den Boden runter. MCU, Marvel, Kevin Feige runterfahren, mal ganz gechillt bleiben. Das ist das, was Marvel gut macht. Dieses bodenständige. Guardians ist zwar geil im Weltall, in der anderen Galaxien, und, und, und. Aber jetzt wird es Zeit, ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Und eine Sache davon ist die nächste Sache. Die Thunderbolts müssen jetzt kommen, weil die Thunderbolts werden das MCU retten. Für die, die es nicht wissen, die Thunderbolts sind im Prinzip das Gegenstück zu den Avengers, die bösen Avengers. Unter anderem mit US-Agent, der ja der John Walker, Captain America aus Falcon and the Winter Soldier war. Die neue Black Widow, also die Helena. Und all so Leute gehören dazu. Und was soll ich sagen, all diese Schurken, all diese guten Charaktere, die wir haben, die ja noch existieren, die würden in einem ganzen Film oder auch in einem ganzen Franchise an Filmen, also in einer ganzen Filmserie, so Gutes tun und so viel frischen Wind in dieses Universum blasen. Wir haben mittlerweile mal genug Helden. Wir brauchen mal ein bisschen was von Antagonisten. Antagonisten. Deadpool läuft perfekt. Warum? Weil Deadpool kein Held ist, sondern ein Antagonist. Wir brauchen Antagonisten. Jetzt, demnächst, bald, sonst sieht's nicht gut aus ums MCU. Jetzt kommt wahrscheinlich einer der größten Hot Takes für Spider-Man-Fans. Mein Spider-Man-Ranking. Andrew Garfield, Tobey Maguire, Tom Holland. Andrew ist der Beste, Tobi ist der Zweitbeste und Tom ist der Drittbeste. Mehr werde ich dazu nicht sagen, weil dazu kommt ein eigenes Video. Aber könnt ihr jetzt schon mal eure Meinung zu diesem Ranking in die Kommentare ballern. Jetzt kommt mal wieder eine nicht so unpopular Opinion, zumindest zu 50%. Aber auf der anderen Seite wird sehr viele Leute hier ein Problem mit haben, wenn sie es hören. Aber die Wokeness zerstört Marvel und zerstört das MCU. Weiter muss ich darauf eingehen. Diversität ist voll fein. Alles cool. Wenn es gezwungen ist, wenn es sich falsch anfühlt, wenn es sich aufgequetscht anfühlt. Und wenn es nichts mit dem Film oder der Story oder der Umgebung zu tun hat, dann ist Wokeness in so einem Fall fehl am Platz. Und kommen wir nun zum letzten Hot Take, beziehungsweise nicht unbedingt Hot Take, aber einer unpopular Opinion, die wahrscheinlich wirklich nicht so viele vertreten, aber schon einige Fans auch. Aber James Buchanan, Bucky Barnes ist mit einer der geilst geschriebenen Charaktere im MCU. Auch hierzu werde ich jetzt nicht viel sagen. Wird man ein extra Video zukommen? Kann nur sagen, Bucky Barnes, der Winter Soldier, der weiße Wolf, ist einer der geilsten Charaktere. Einer der bestgeschriebensten Charaktere. Und das, obwohl wir ihn ganz, ganz wenig nur auf der Leinwand gesehen haben. Wie gesagt, mehr zu dem Punkt und auch zu dem Spider-Man Punkt wird mal in einem extra Video kommen. Und somit bin ich am Ende meiner unpopular Opinion Liste zu Marvel. Und das ist halt jetzt die Frage, die sich stellt, wer sagt sowas über Marvel? Ich hier. Und wenn ihr ähnlicher Meinung seid oder auch andere Hot Takes an popular Opinions habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und wie gesagt auch gerne, zu welchem Punkt ich vielleicht mal ein ausführerisches Video machen soll. Schreibt aber auch gerne mal, wie ihr dieses Format hier findet. Also an für sich Meinungen, die nicht jeder vertritt unbedingt, die ich mir zu manchen Sachen bilde. Schreibt mir gerne Vorschläge für Überthemen. Also Marvel, Star Wars, Supernatural, The Walking Dead. Schreibt mir gerne mal Überthemen, zu denen ich mal eine Liste machen soll, was meine unpopular Opinion dazu ist. Und wie gesagt, eure Meinung im Punkt auf, wie findet ihr dieses Projekt hier überhaupt? Gerne in die Kommentare. Und wenn euch solche Sachen wie Facts, Theorien, so Toplisten oder nicht Toplisten, wenn euch sowas interessiert, zum Bereich Filmen und Serien, checkt den Kanal gerne mal aus. Vielleicht findet ihr hier was, was euch interessiert und ihr bleibt einfach hier. Ich würde mich freuen. So, jetzt möchte ich das Video nicht noch länger strecken, als es wahrscheinlich schon ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin, bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.